Sie hören Der undogmatische Hund, eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Jack Russell, mit einem Kanidenkanon, von Dennis Scheck und Christina Schenk, gelesen von Frank Arnold und Dietmar Bär, ein Hörbuch des Argon Verlags. Man sollte immer wissen, an welchen Baum man pisst. Kiepenheuer und Witsch gehört zu der in der Gänzheide in Stuttgart residierenden Verlagsgruppe Georg von Holzbrink GmbH. Sieht von außen aus wie eine Zahnarztpraxis im Rheinland, aber wenn sie mal da sind, lassen sie sich unbedingt den NATO-Saal zeigen. Der in Deutschland neben S. Fischer, Rowold, Drömer-Knauer auch die Mehrheit an Springer Nature gehört. In Großbritannien Penn Macmillan, in den USA Macmillan, Farrar, Strauss, Angie Rue, St. Martens Press sowie viele andere Verlage nebst signifikanten Teilen der bewohnten Milchstraße. Außerdem gehören anderen Familienmitgliedern der von Holzbrinks die Zeit und das Handelsblatt. Aber um das alles genau zu recherchieren, war der Vorschuss echt zu mau. Um die Kiwi-Autorin Katja Lange-Müller zu zitieren, wir sitzen so oder so alle im Portemonnaie eines der großen Konzerne. Sehet auf die Hunde. Philippa, Kapitel 3, Vers 2. Wir müssen immer wählen, uns entscheiden. Die Tiere müssen nur sein und handeln. Wir sind angejocht und sie sind frei. Mit einem Tier zusammen zu sein, bedeutet daher, ein wenig Freiheit zu erfahren. Ursula K. Le Guin, der Andere Wind Intelligenz lähmt, schwächt, hindert? Ihr werdet euch wundern. Scharf wie ein Terrier macht sie. Arno Schmidt, das steinerne Herz Eine E-Mail an den Kiwi-Verlag Liebe Kerstin, allerverbindlichsten Dank für deine Mail. Ein Buch über Stups? Werte Verlegerin, wie denkst du dir das? Ein Hundebuch in Tagen wie diesen? Ist das dein Ernst? Das Klima heizt sich auf. Die Welt hungert. Rassismus und schreiendes Unrecht, wohin man schaut. Ausbeutung und Unterdrückung, so schlimm und perfide wie im alten Rom. Das Böse triumphiert. Die Dummheit feixt. Niedertracht und Stumpfsinn tanzen Tango auf den Tischen, während wir auf der Suche nach dem letzten krumen Grips unter den Bierbänken mit unseren Birnen aneinanderstoßen. Und da sollen wir ein Hundebuch schreiben? In diesen Zeiten? Fragen besorgt deine Christina, Dennis und Stups. Eine E-Mail an den Kiwi-Verlag. Liebe Kerstin, du hast recht. Unser Leben mit Stups ist etwas Besonderes und als solches durchaus erzählenswert. Aber dürfen wir das überhaupt? Stups schlägt zwar bei jedem Klingeln an, als stünden die AfD im Verein mit den Zeugen Jehovas und der Steuerfahndung vor der Tür. Und zudem ist er durchaus ein Poser und kann an keinem Baum, keinem Laternenpfahl und keinem Grasbüschel vorbei, ohne sein Bein zu heben. Aber auf seine Weise ist Stups doch auch diskret und knurrend auf den Schutz seiner Intimsphäre bedacht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten durch die sozialen Medien eine bis dahin unvorstellbare Zur-Schaustellung des Privaten erlebt. Wer über den Ursprung der Redensart nachdenkt, dass man schlafende Hunde nicht wecken sollte, kommt zumindest ins Zögern, das Leben seines Hundes literarisch auszuschlachten. Ist aus der Perspektive eines Tiers zu schreiben nicht ein Paradebeispiel für kulturelle Aneignung? Gar literarischen Vampirismus? Wir wollen doch nicht die literarischen Zuhälter unseres Hundes werden. Kussi und Gruß aus dem medialen Rotlichtmilieu. Deine Christina, Dennis und Stups Eine E-Mail an den Kiwi-Verlag Liebe Kerstin, wir haben ein wenig nachgedacht. Alle Autoren, so John Updike, beuten im Steinbruch ihrer Erinnerungen die Goldadern der eigenen Biografie aus. Die einen verbrämen, das besser, die anderen schlechter. Falsche Fährten zu legen und Spuren zu verwischen, gehört seit je zum Repertoire. Falsche Fährten